Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf ScorpionPlace. Es ist heute mal wieder FIFA 14 angesagt und ich weiß überhaupt gar nicht, was hier heute los ist. Und zwar hat hier Ultimate Team irgendwie so ein 5-Jahre-Special. Das heißt, wir haben hier 5 Packs auf Trocken gratis für uns. Die ziehen wir heute auf jeden Fall und dann ziehen wir noch weitere Sets, weil die heute auch im Angebot sind für ein paar Coins. 5000 Coins statt 30.000 oder so, sowas in der Art gibt es auf jeden Fall heute. Wir fangen jetzt mal an, wir ziehen direkt die Packs und alle aus meinem Clan haben schon die überkrassen Sachen gezogen. Ich bin nicht mal sehr gespannt, was wir heute so ziehen. Ja, falls das Video etwas länger wird, werde ich jetzt ein ganzes in mehrere Parts cutten, dass ein Part maximal 5 Minuten lang wird, weil sowas kann man sich immer gut zwischendurch geben. Falls ihr übrigens auch FIFA Coins kaufen wollt, Link zu MOGA ist in der Beschreibung. Okay, jetzt fangen wir mal jetzt an. Let's go! So, bin ich mal gespannt, was wir hier ziehen. Ich weiß überhaupt nicht, was in diesen Packs drin ist, was die überhaupt für ein Potenzial haben. Aber ich habe überhaupt keinen Plan. Wir sind, bin sehr gespannt und ja, gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Und wir ziehen direkt mal Radu. Wahrscheinlich ist das schlechteste Spiel, den man ziehen kann. Insgesamt, okay, Mandzukic ist dabei. Was man auf jeden Fall nicht kann, ist die Spieler verkaufen. Das seht ihr hier. Das wurde mir schon erzählt. Das heißt, man kann die eh am Ende des Tages eh nur im Verein einspeichern. Ja, gut, was soll man hier sagen? Ein paar Karten. Ja, okay, mein Gott, was soll man machen? Ich denke mal, es bleibt uns ja nicht anderes übrig, als ob wir so immer alle in einem Verein abzuspeichern. Aber das Ding ist, es gibt jetzt hier 5 Packs. Das heißt, ich muss doch jetzt einfach mal Glück haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss einfach Glück haben. Und ja, 5 ganze Packs. Letztes Pack, um den liefern, nicht so optimal. Falls ihr euch fragt, warum ich trotzdem so viele Coins habe, ja, ich habe ja 2 Wager-Matches gewonnen. Und im Livestream haben wir neulich welche was gespendet. So, zweites Promopack. Oh Gott, komm schon, bitte. Gib mir mal ein Inform. Komm, gib mir mal ein Inform. Das muss doch möglich sein. Ist doch jetzt kein Problem. Jetzt pack mal ein Inform hier rein. Ist doch auch kein Ding, oder? Ist doch kein Problem. Habe ich eigentlich am meisten Pech? Guck mal, Samba. Samba. Oder was? So, das haben wir hier. Aubameyang. Ja, der ist ne Pech-Suche, aber der passt nicht in mein Team. Ich hab ja ein... Ja, Wembley. Das passt gut zu meinem Team eigentlich. Ich glaub, das nehm ich mal. Aktivier ich mal. Das kommt nur leider weg, Anton. Tut mir leid. Aber mein Gott. Ja, den Rest kriege ich in den Verein, ganz ehrlich. Und hab ich noch ein Trikot. Das muss ich jetzt abstoßen. Wie Abstöße. Ja, Null bekomme ich dafür. Ist natürlich sehr, sehr traurig. Also, abstoßen bringen sich ja auch nichts. Das haben wir schon clever gemacht. Das heißt, alles, was man jetzt heute hier sozusagen zieht, wird nur für einen selbst gebraucht. So, komm schon. Ey, jetzt einmal. Komm, gib mir was Gutes. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Jovetic. Jovetic. Hat an sich schon gute Werte, ja. Könnte eventuell sogar in mein Team passen. Also, der ist sogar ganz gut, denke ich. Ich meine, den packe ich jetzt mal sogar live hier in die aktive Mannschaft, auf die Bank einfach. Weil ihr, ich habe ja mein Team noch nicht so ganz gezeigt. Das ist das Team. Das würde auf jeden Fall, der passt hier gar nicht so schlecht hier hin, ne. Da, wo zum Beispiel Lewandowski ist und so. Auf jeden Fall passt es. Werde ich ihn jetzt einfach mal auf die Bank tuehen. So, nehmen wir mal den weg, den Kollegen. Ja, den facken wir natürlich. Ich meine, mit Grey können wir nicht viel anfangen. Und ja, der Rest wird natürlich wieder... Was haben wir denn hier? Haben wir vielleicht irgendwas Spezielles mal dabei? Trikot sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, sonst Amsterdam Arena wieder. Haben wir eben schon gehabt. Packen wir den Rest mal in den Verein. Und das wird natürlich wieder fachmännisch. Das zudem kadet. Ja, Leute. Also, zum Beispiel, dass die letzten Tage so wenig FIFA-Videos kamen. Das Problem ist ganz einfach, dass ich, ähm... Ja, nicht so viel FIFA gespielt habe. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt keine gefakte Scheiße, wo ich irgendwie so tue, als wäre es das geilste Game. Und ich mache nur noch FIFA. Und oh my God, it's so exciting, wie es manche machen. Sondern ich würde das Ganze eigentlich nur machen, wenn ich auch richtig Bock drauf habe. Jetzt hatte ich mal richtig Bock drauf, weil diese Aktion halt auch ist... Ja. Schürle immerhin. Schürle ist gut und der passt auch in mein Team. Sehr gut. Aber da ist natürlich Willian in meinem Team, ne? Ah, da ist Willian. Moe ist natürlich auch dabei, aber auch nicht mehr so gut, wie er mal war. Aber das packen wir auch mal hier in die Aktive, ne? Machen wir mal aktiv in die Aktive. So, Powerhouse sogar, ne? Auf jeden Fall krass. Packen wir mal den hier weg. Und bye-bye. Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Spieler für meine Bank. Immerhin ist ja auch nicht schlecht. Können wir uns nicht drüber beschweren. Einige Modifikationen sind hier dabei, aber nicht hier die überseltenen leider. Die seltensten sind, glaube ich, hier Stürmer zu ZOM und ZM zu ZOM, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und vielleicht habe ich auch einfach, wie er nur scheiße, wie immer. Der Rest wird natürlich hier in den Verein gepackt. Okay, Leute. Letztes Pack von diesen Pomo-Packs. Ich denke mal, danach gibt es ja noch diese anderen. Aber komm schon. Da muss doch jetzt hier mal... Da muss doch jetzt nochmal... Komm, lass mal jetzt... Komm, lass doch jetzt mal einfach ein Inform drin sein. Inform Messi. Das sehe ich jetzt einfach schon. Das ist jetzt einfach so und dann ist es doch gut, oder? Komm schon. Pack einfach rein jetzt hier. Mechidi. 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 Toll. Aber hier. Immerhin Jol. Ja, den mag ich an sich ganz gerne. Chelsea-Wappen. Ja, wir malen haben wir eben schon gezogen. Haben wir... Ich dachte, jetzt haben wir zweimal ein Pack. Und Vargas. Auf jeden Fall krass. Ja. Das reimt sich auch. Aber ansonsten ist jetzt irgendwie noch nicht so viel Krasses drin, oder? Irgendwie... Merkt ihr, ich habe sehr gerne mal viel Pech beim Pack-Opening machen. Also da bin ich auf jeden Fall gut drin im Pech haben. Ja, krasser Satz. Aber wir lassen uns mal noch nicht ab. Ich will uns mal gucken, wie das jetzt mit anderen Sets hier läuft. Da soll es auch hier solche Special Sets geben, die so... Ne, ne, das nicht. Solche Special Sets, die hier genau 5.000 kosten. Die Promopacks. Davon kann man 5 Stück ziehen. Und dann würde ich sagen, das machen wir doch dann im nächsten Video, oder? Also das ist auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Ich habe natürlich wieder nur super Sachen gezogen. Yay! Auf jeden Fall richtig krass, Leute. Also lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen im nächsten Pack-Opening. Und tschüss. So, ich find es jetzt. Okay.